Hättest du auch mal Bock, für ein Jahr oder für ein paar Monate eine Auszeit vom Job zu nehmen und einfach nicht zu arbeiten, dann könnte eventuell ein Sabbatical das Richtige für dich sein. Wie das Ganze funktioniert und wie du sowas richtig planst, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzus und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit meiner Kollegin Mona mal mit dem Thema Sabbatical, beziehungsweise auf Deutsch dem Sabbatjahr. Bevor wir uns damit beschäftigen, wie das Ganze funktioniert und welche Sabbatjahr-Modelle es überhaupt gibt, definieren wir den Begriff zunächst einmal. Das Sabbatjahr ist ein Oberbegriff für verschiedenste Modelle, bei dem man ein Jahr oder auch nur einige Monate eine Pause bei seinem Job einlegt. Während diesem Sabbatjahr kann man dann verschiedenste Dinge tun, wie zum Beispiel Reisen oder ein Haus bauen. Anders als bei einem unbezahlten Urlaub bekommt ihr in der Regel bei einem Sabbatjahr weiter euren Lohn und eure Sozialbeiträge bezahlt. Dafür müsst ihr dann vorher, vor eurem Sabbatjahr, was eure Lohnansprüche angeht, etwas kürzer treten, um einen Puffer zu bilden. Dazu aber gleich mehr. Einen Ursprung des Sabbatjahres findet man übrigens auch schon in der antiken Tora. Dort steht geschrieben, dass man alle sieben Jahre das Ackerland ein Jahr lang ruhen lassen sollte. Mittlerweile gilt diese Regel nicht mehr nur für israelische Bauern, sondern auch in Großkonzernen gibt es viele Programme, die ein Sabbatjahr anbieten, so beispielsweise bei Volkswagen, BMW oder auch Siemens. Eine Xing-Umfrage ergab, dass viele Befragten zur geistigen und körperlichen Erholung sowie zum Reisen ein Sabbatjahr in Betracht ziehen. 10% der Befragten haben sich sogar schon eine Auszeit gegönnt und 21% der Befragten planen das. Aber schauen wir uns mal an, wie ein solches Sabbatjahr-Modell funktionieren kann bzw. welche Möglichkeiten es da gibt. Ein Sabbatical gliedert sich in den allermeisten Fällen in eine Ansparphase und in eine Auszahlphase. In seltenen Fällen gibt der Arbeitgeber was dazu finanziell, aber das ist eher die Ausnahme. Das üblichste Modell ist der Verzicht auf Lohn für einen festgesetzten Zeitraum. Das heißt, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer arbeitet ganz normal weiter und gibt in diesem Zeitraum einen Teil des Lohns ab. Dieser Teil wird auf einem Arbeitszeitkonto, auch genannt Langzeitkonto, geparkt. Außerdem können Boni, Weihnachtsgeld und andere Vergütungen darauf fließen und angespart werden für Sabbatical. Dieses Langzeitkonto ist kein privates Konto, das du dir selbst eröffnest, sondern es liegt beim Arbeitgeber und wird von diesem verwaltet. Wie das Ganze dann aussehen kann, schauen wir es mal in einem Beispiel an. Gehen wir mal von einem Arbeitnehmer aus, der 4.000 Euro Bruttolohn jeden Monat bezieht. Das sind dann ungefähr 2.500 Euro Nettolohn pro Monat. Dieser Arbeitnehmer plant jetzt ein sechsmonatiges Sabbatical und er geht davon aus, dass er hierfür nicht seine vollen 2.500 Euro jeden Monat benötigt, sondern nur 2.000 Euro pro Monat. Damit er weiterhin 2.000 Euro pro Monat während diesen sechs Monaten netto beziehen kann, müsste er ungefähr 3.000 Euro brutto beziehen. Er erklärt sich dafür bereit, auf ein Viertel seines Lohnes zu verzichten, um damit die Rücklage für sein Sabbatical anzusparen. Aus seinen 4.000 Euro Bruttolohn werden also 3.000 Euro Bruttolohn und 1.000 Euro, die jeden Monat für sein Sabbatical auf die Seite gelegt wird. Um die sechs Monate zu überbrücken, bräuchte er also 18.000 Euro Rücklagen in Brutto. Damit könnte er dann sechs Monate lang 3.000 Euro Bruttolohn beziehen, was netto dann 12.000 Euro wären, also genau die 2.000 Euro, die er jeden Monat benötigt. Die Ansparphase würde in unserem etwas vereinfachten Beispiel also genau 18 Monate dauern, denn er braucht ja 18.000 und legt jeden Monat 1.000 Euro auf die Seite von seinem Bruttolohn. Weil in der Ansparphase Bruttogehalt auf dem Langzeitkonto angesammelt wird, müssen die Bezüge auch erst versteuert werden, wenn sie ausgezahlt werden. Das heißt während des Sabbaticals und nicht vorher. Auf lange Sicht gesehen ist das ein steuerlicher Vorteil, denn der Steuersatz sinkt, je geringer das Einkommen ist, das in einem Jahr bezogen wird. Um das mal ein Beispiel zu veranschaulichen, bei einem zu versteuernden Einkommen von 30.000 Euro im Jahr liegt die effektive Steuerbelastung bei 17%. Ist das Einkommen aber höher und liegt beispielsweise bei 40.000 Euro im Jahr, liegt die steuerliche Belastung schon bei über 20%. Es gibt noch ein zweites Modell, dem sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedienen und das ist das sogenannte Teilzeitmodell. Es funktioniert aber ganz ähnlich wie die erste Variante. Gehen wir mal davon aus, eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer arbeitet in Vollzeit, dann wird für einen gewissen Zeitraum vor dem Sabbatical festgelegt, dass die Arbeitszeit reduziert wird, nämlich auf Teilzeit. Tatsächlich werden aber immer noch die gleichen Stunden geleistet wie vorher, also es wird weiter in Vollzeit gearbeitet. Diese angesammelten Arbeitsstunden werden dann ebenfalls auf das Arbeitszeitkonto gepackt und können dann mit dem Sabbatical ausgezahlt werden. Der Unterschied beim Teilzeitmodell ist meistens ganz einfach, dass die Arbeitszeit hier gleich bleibt, aber der Lohn noch stärker verkürzt wird als bei dem anderen Modell. Bei dem anderen ist es schließlich auch möglich, beispielsweise immer noch 75 oder 80 Prozent des Lohns zu bekommen vor dem Sabbatical. Beim Teilzeitmodell wird er entsprechend halbiert. Aber habe ich denn eigentlich einen Anspruch auf so ein Sabbatical? Anders als beispielsweise bei der Elternzeit gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Freistellung. Ein Sabbatical ist also eine freiwillige Leistung eines Arbeitgebers. Bei großen Konzernen gibt es häufig Regelungen, die von vornherein festschreiben, unter welchen Bedingungen, nach wie vielen Jahren Zugehörigkeit und unter wie viel Gehaltsverzicht ein solches Sabbatical möglich ist. Dementsprechend ist die Option, ein solches Sabbatical zu machen, eine reine Verhandlungssache mit eurem Arbeitgeber. Bessere Karten haben Lehrer, Lehrerinnen, Verwaltungsangestellte und Beamten im öffentlichen Dienst. Für sie schreibt das Gesetz ein Recht auf ein Sabbatical vor. Wie die Auszeit genau gestaltet wird, das kann sich allerdings von Bundesland zu Bundesland und von Kommune zu Kommune unterscheiden. Die können nämlich die Rahmenbestimmungen setzen. Ein Sabbatical ist nichts, was du übers Knie brechen solltest. Stattdessen solltest du gut planen, wie viel du für deine Auszeit gerne hättest jeden Monat und wie viel du vorher zurücklegen kannst von deinem Lohn. Den Bedarf zu schätzen ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man beispielsweise die Auszeit im Ausland verbringt und ganz andere Lebensbedingungen herrschen. Also beispielsweise die Miete mehr oder weniger kostet, für Lebensmittel mehr oder weniger bezahlt werden muss und auch Reisekosten, Flugreisen und so weiter bezahlt werden müssen. Trotzdem macht es Sinn, sich vorher eine Aufstellung zu machen, welche Kosten denn vermutlich anfallen werden. Und hierbei gilt, den Bedarf lieber zu hoch einzuschätzen als zu niedrig, um später nicht böse Überraschungen zu erleben. Ein Sabbatical ist in den meisten Fällen schließlich zur Entspannung da und da wäre es natürlich blöd, wenn du deine Weltreise vorzeitig abbrechen musst, weil dir das Geld ausgegangen ist. Außerdem solltest du mit deiner Chefin oder deinem Chef genau klären, welche Klauseln denn im Vertrag zum Sabbatical festgehalten werden, damit es auch hier nicht zu Missverständnissen kommt. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, was passiert, wenn sich meine Chefin oder mein Chef während meines Sabbaticals überlegt, mich rauszuschmeißen. Das ist natürlich mit triftigen Gründen genauso möglich, als wenn du ganz normal bei der Arbeit erscheinst. Allerdings hast du die Möglichkeit, mit deinem Arbeitgeber über bestimmte Klauseln zu reden, die man in den Vertrag schreiben kann, um einen Kündigungsschutz zu gewähren. Gleiches gilt übrigens für den Fall, dass du dir überlegst, dass du eigentlich deinen Job gar nicht mehr machen willst und im Sabbatical lieber kündigen würdest. Das darfst du, solange im Vertrag nichts anderes festgelegt wurde. Aber was passiert mit dem Geld, das sich inzwischen auf dem Arbeitszeitkonto angesammelt hat, wenn gekündigt wird? Im Falle einer Kündigung läuft es im Normalfall so ab, dass das angesammelte Geld auf dem Arbeitszeitkonto als Lohn ausbezahlt wird. Dadurch kann es dann natürlich wieder passieren, dass deine Steuerbelastung steigt, weil in diesem Jahr dein Einkommen eventuell wieder höher steigt und dementsprechend der Steuersatz ein höherer ist. Sollte es zu dem ungünstigen Fall kommen, dass du während deines Sabbaticals krank wirst und für eine Zeit ausfällst, dann muss dich das nicht mehr ärgern als normalerweise im normalen Arbeitsalltag. Denn es gilt auch während des Sabbaticals das sogenannte Bundesurlaubsgesetz. Und das sieht vor, dass Krankheitstage im Urlaub von dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin zurückerstattet werden. Das heißt, diese Tage zählen dann nicht als Urlaub, sondern du kriegst sie ganz normal wieder zurück und kannst den Urlaub dann später machen. Auch hier gilt, dieses Recht hast du, wenn nichts anderes im Vertrag vereinbart wurde. Außerdem kannst du dir vertraglich auch zusichern lassen, nach deinem Sabbatjahr oder nach deinen Sabbatmonaten direkt wieder auf die gleiche Stelle zu kommen. Andernfalls kann es passieren, dass du einen anderen Posten im Unternehmen zugeteilt bekommst. Gerade wenn du für einen kleineren Betrieb arbeitest, solltest du darauf achten, wo die Rücklagen für dein Sabbatjahr angespart werden. Sollte die Firma nämlich pleite gehen, könnte es im schlimmsten Fall passieren, dass deine Ansprüche in die Insolvenzmasse reinfließen und das für dich auf die Seite gelegte Geld für die Gläubiger ausgegeben wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, ist ziemlich gering. Allerdings ist das auch schon einem ehemaligen DAX-Konzern passiert. Dem Maschinen- und Anlagebauer Babcock Borsing ist das nämlich passiert und hier sind die Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter teilweise in die Insolvenzmasse mit eingeflossen. So gut das Konzept eines Sabbaticals auch klingt, gibt es natürlich auch kritische Stimmen. So wird dem Sabbatical zum Beispiel vorgeworfen, dass das eigentlich nur ein schönes Bonbon für Gutverdiener ist. Denn um sich einfach mal so erlauben zu können, auf 25% oder 30% seines Gehalts zu verzichten, um dann mal ein Jahr lang überhaupt nicht zu arbeiten, der muss von der Basis her schon mal ein solides Einkommen haben. Und dann gibt es noch die Kehrseite zu den Steuervorteilen, die ihr habt, dadurch, dass ihr euer Gehalt künstlich reduziert. Ihr reduziert damit nämlich gleichzeitig auch eure Sozialabgaben und somit auch euren Anspruch auf Rente und Sozialleistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosen- oder Elterngeld. Diesen Effekt solltet ihr auf jeden Fall mit berücksichtigen und vielleicht durch eigene Sparleistungen kompensieren. Das war soweit auch schon das Thema Sabbatical. Wenn euch solche Themen interessieren, solltet ihr auf jeden Fall mal in unseren Newsletter reinschauen, den Mona jede Woche für euch schreibt oder auf unseren Blog. Dort veröffentlichen wir ebenfalls solche Artikel. Beide Links zu Blog und unserem Newsletter findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne ein Like da und abonnier den Kanal. Somit verpasst du kein Video mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Aber habe ich denn eigentlich einen Anspruch auf so ein Sabbatical? Nein.